Heute werden wir richtig... Chuck Chuck's auf... Ja! Ja! Ich möchte hier nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir alles extra übertrieben darstellen und ihr auch bitte euch daran, wie gesagt, kein Beispiel nehmt. In diesem Sinne sind wir auf jeden Fall da Entertainer und möchten da einfach nur das Erlebnis für euch transportieren. Alkoholmissbrauch und deren Folgen sind auf jeden Fall ernst zu nehmen und ich möchte euch dahingehend auch sensibilisieren. Unter anderem sind deshalb auch viele Sachen einfach in Schärft rausgeschnitten und eigentlich wollte ich nur sagen, ich bin jetzt live und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ciao! Wie hat Jus mal damals gesagt, wer viel trinkt, der kann auch auf jeden Fall am nächsten Tag arbeiten und ein Tech-Startup in Berlin mit diesem Herrn gründen. Genau. Mit begründen. Ich dachte, du hast jetzt behauptet, ich hätte getrunken. Nein, nein, du nicht, aber ich freue mich sehr, dass wir uns sehen. Ja, ich vielleicht auch. Alter, geht's dir gut? Mir geht's gut. Was machen wir heute? Erzähl's mir doch. Ähm. Ja? Alter, du siehst extrem fit aus. Vielen Dank. Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt machen wollen, ist genau das. Das habe ich nur als, äh, als, äh, als, äh... Als, äh... Accessoire. Accessoire mitgemacht, genau, ja. Alles klar. Alles klar. Ich fand Smartfets. Wunderbar. Wie denn, was du jetzt gemacht hast? Nee, tschuldigung. Welche Bedeutung hat Geld für dich? Finanzielle Freiheit. Das Leben im Überschuss. Amma, ich frage dich, wo möchtest du in 10 Jahren stehen? Und was sind deine Ambitionen im Leben? Krypto, Blockchain, Smart Contracts, NFTs, Geld, Umsatzzahlen, diverse Verträge, das ist Wirtschaft. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ja. Wir sind eine selbeste Firma, was soll das? Ich dachte, ich bring das mal mit. Amma, bitte, wirklich. Das ist alles. Das ist ja schon das Problem. Guck mal, wir sind hier alle zusammen und wollen hier irgendwas auf die Beine stellen. Du kommst hier im Bademantel hin. Lass mich in Ruhe. So geht das heutzutage, jo. Schick gemacht, extra für euch. Mit einer Kappe, aber doch nicht im Bademantel. Einmal mit einem Pfiff. Im Namen des Volkslg. Volkslg. Vorteil. 20 Jahre Haft für Revi. Auf Wiedersehen. Heute werden wir richtig trinken. Liebe Leute, es geht los. Revi. Hätt mal die Musik hier lauter machen können. Es wird passieren. Es wird passieren. Kommt aber auch? Ich glaube, er kommt vielleicht auch. Ich bin Marc Eggers und das ist meine dritte Rose. Seid ihr bereit? Was machst du? Ja, ja! Oh mein Gott! Lass mal nichts ricken heute! Happy Birthday lieber Nico! Happy Birthday! Sandra, die Bar ist da drüben. Wir brauchen keinen Scooter. Ich brauche einen Scooter. Ich bin fett und ich brauche einen Scooter! Klar Sandra, kannst du mir kurz erklären, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in die Bar. Aber wir haben ja gerade schon fett einen reingetrunken, oder? Wir bringen uns jetzt richtig einen rein und danach gehen wir... In die Random Duos und zocken zusammen. Und dann trinke ich ein Aperitif. Und dann trinke ich noch ein Aperitif. Und dann trinke ich noch ein Aperitif. Mach kurz den Backflip! Macht dazu den Backflip, okay? Ehrlich jetzt! Entzünde! Auf die Hose! Auf die Backflip! Backflip! Jaaaaaaah! Ich hab dir in die Hose geschissen. Ich hatte mal die Hose geschissen! Outro